Wer bist du denn? Das habe ich vergessen. Wenn ich langsamer gefahren werde, dann hätte ich nicht mehr gewusst, wo ich noch hin will. Ich würde mich freuen, dass der Busfahrer vorne angehalten hat. Welcher Busfahrer? Ja, ich bin mit dem Bus. Mit dem Bus. Der Murann sagte schon, dass du noch kommen wolltest. Der ist also richtig. Der ist so. 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 Vielen Dank.